Mama, Papa, seid ihr stolz auf mich? Ich nehm ganz viel Loot mit. Ja, mein Mann und Herr, bitte anschnallen. Sagt Flug nach Witz, geht's los. Ich bin keinem angenehm Flug, und eine angenehme Weiterreise bis dahin, hier kannst du spielen, Iconics, ähm, sehr wunderschönen Tag, bei Sportsbad, in wo auch immer sie gerade sind. Tschüss. Deswegen hab ich's auch gerade gemacht. So, da kann ich jeden mal kurz ein bisschen wachrütteln. Das Dumme ist nur, wenn ich diese Pilotensache mache, dass ich hier mein Ding richtig doll vollfette, Alter. So, wir gucken kurz, ob die Karre da ist. Jo, ist sie. Karre ist da. Ja, ja. Oh, 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 oh. Nein, 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 stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Wo ist er denn jetzt? Ich darf mich nicht heilen. Ich darf auf keinem Fall den Drang nachgeben, mich zu heilen. Außer es ist wirklich schlimm. Das war zu nah dran, offensichtlich. Blut, nein, vielleicht triggere ich den dann. E. Hier komm schon wieder gerade gefährlich nah. Oh, da ist einer, den ich hören will. Aufgang. Oh. Das war aber eher weniger eine Skiff. Hau da mal ab, Alter. Oh, hinter mir. Muss weiter weg, Bruder. Da ist es zwar richtig dumm. Darf ich mich eigentlich gar nicht heilen oder darf ich mir wenigstens meine Blutung stillen? Ich darf auf keinen Fall den Drang nachgeben, mich zu heilen. Ich muss kurz die Blutung stillen. Das geht nicht ohne, sonst gehen wir halt einfach drauf. Scheiße, damit heile ich mich automatisch. Ich hätte jetzt... Ist egal, wir haben den Tast... Merke ich gerade oder so nicht angenommen gehabt. Fuck. Es regnet schon wieder. Oh nein, und wir starten schon wieder hier. Ne, warte mal, wo sind die denn jetzt? Ah. Hier sind wir, okay. Ja, geil. Hier sind wir schon dreimal gestorben. Im letzten Vibe. Weil wir direkt nach Spawn ein Heddy von dem Typen, der da hinten Spawn bekommen hat. Siehst du, guck, da ist er doch schon. Bruder, genau den meinte ich. Genau den, Dully, meinte ich. Solche Leute. Scheiße, ich dachte, ich bin gut. Entweder hat er sich jetzt hingelegt oder hat sich auf den Weg zu mir gemacht. Wo ist er hin? Ich glaube, ich habe es noch schlimmer gemacht. Er hat mich auf jeden Fall gesehen. Drei Euro. So schnell ist er doch niemals weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, er visiert mich an. Der ist so schnell wegrennen. Okay, da ist er irgendwo. Ah. Ja, okay. Also, um ehrlich zu sein, wir wissen ja jetzt nicht mehr, wo er ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sterbe oder ich jetzt jemanden kille, der war halt recht schwarz gekleidet, könnte man noch sagen. aber... Ich glaube, ab jetzt können wir ihn nicht mehr zurückverfolgen, so richtig. No! Ich glaube, jetzt ist auch... No! Weil wir in der Runde zuvor gestorben sind, haben wir jetzt... Nein! Den Daily Task, wo wir nur noch einen Scaff hätten erledigen müssen, verkackt. Ach, braten wir doch einer ein Spiegelei. So. Jetzt sind wir in Position. Jetzt muss nur noch einer da sein. Aber weil es regnet, sind die jetzt alle drin, oder was? Ja. 37, also seit 8 Minuten läuft die Map. So, aus Erfahrung, irgendwo zwischen Minute 7 und 10 irgendwo so dazwischen spawnen die dann langsam immer. Ach, nein! Ich wollte gerade eben noch sagen, bitte lass den Regen aufhören. Als wollte mir wirklich fast über die Lippen. Und was passiert? Der laute Regen kommt. Ey, so hektisch, wie ich mit den Bowls agiere, ist einfach nur frech. F*** dich! So. So und nicht anders. Das ist... Weiß ich auf Factory... Also wenn so eine richtig dummen Quäler-Factory-Tasks sind, dann mach ich die normalerweise Off-Stream. Weil die On-Stream so wenig Enjoyable sind. Setz mich in irgendeine Ecke, wo mich keine Sau findet, warte dann bis Minute 5 oder so, wenn alle weg sind. Und dann renne ich schnell die Exits ab. Weil ein paar Tasks echt einfach nur nervig und nicht Enjoyable sind. Richtige F***-Tasks. So meine ich das. Für den Fall, dass wir hier junges Publikum haben. Habe ich Boat? Hier Boat. Probieren wir gleich mal. Jetzt eine GPU. Machen wir jetzt mal schön den Boden hier kaputt. Boah. Okay. Spiel gönnt uns. Oh. Der sieht nice aus. Naja. Warum zeigst du mir so den Stinkefinger? Startet man nicht auch mit einer GPU? Ich glaube, ich habe meine auch direkt verkauft, mit der man startet. Ich glaube, mit einer startet man, ne? Auch direkt verkauft. Glaub ich. Oder ist die mal im Case? Och, jetzt hör mir doch mal auf. Das ist mehr wert als der Lion aktuell, ne? Aber die Unter ist natürlich Unter aller Sau. Also fliegt die raus. Volle Dröhnung haben wir hier dabei. Mama, Papa, seid ihr stolz auf mich? Ich nehme ganz viel Loot mit. So, wir probieren unser Glück. Bitte lieber Gott. Bitte lieber Exitgott. Mach das, dass das Peerboard offen ist. Nein, nicht aufhören zu regnen. Wir brauchen ihn regnen als Schutz. Hier wird nicht gewettet. Also nicht jetzt. Das muss klappen. Obwohl, mit Wetter hat es immer besonders gut geklappt, ne? Ja! Yeah, baby! Lutsch, mein Mittelfinger! Oh, yeah, baby! Uh, uh, Peerboard! Yeah! Wir sind jetzt dreimal hintereinander in dieser Ecke gespawnt. Ich habe ein dummes Gefühl, dass wir jetzt nicht mehr da spawnen werden. Ja, mein dummes Gefühl hat sich als korrekt herausgestellt. Trotzdem werden wir da hinlaufen. Weil es einfach der zuverlässigste, obwohl, naja, es gibt noch einen anderen Ort, wo man noch zuverlässig einen findet, aber wir brauchen ja drei. Ich mache lieber langsam, Bruder. Wir sind heute schon so häufig gestorben. Wir haben noch nicht einen einzigen PMC-Exit heute geschafft. Wir spielen jetzt mal ein bisschen gechillt. Wenn man sagen muss, wir spielen halt auch die Maps, die ich überhaupt nicht leiden kann. Exit natürlich noch schwerer, aber... Hä, wie holt man nochmal den Kompass raus? Das kommt nicht von ungefähr, dass Rutz sich auf Schmutz reimt. Scheiße, irgendjemand schießt da hier schon wieder auf uns. Aber das andere war, glaube ich, ein Shotgun. Das war jetzt definitiv ein Sniper oder so. Es ist halt einfach schon wieder auch zu viel los hier, ey. Ich hasse Woods. Was zum Heck, Alter? Yeah. Ach, guck mal, da ist einer. Oh, Bruder, er hat sofort erkannt, wo ich stehe, als ob deine Mama... Oh! 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 Wenn du gegen Leute spielst, Level 50, die jeden scheiß Spot auf der Map kennen, hast du keine fucking Chance. Was ist denn das? Was ist denn das?